beim nächsten mal empfehle ich eine sleep einlage hallo menschen und herzlich willkommen euer sensor survivor wieder hier und heute gibt es wieder ein paar mitschnitte aus den streams auf youtube noch ja und wenn wir schon dabei sind bitte denkt dran ich streame jetzt immer auf selbe zeit anderer ort also montags mittwochs und beitags jeweils 19.30 Uhr würde mich freuen wenn ihr dabei seid und ja wir sehen uns bis dahin euer senzels tschüssi einer ist durch den durchbruch gegangen wer ist denn das mit dem pilgrim schmeiß die granate auf keiner von uns beutel ok dann sind da drei ich muss kurz bootung stehen ich glaube der ist hinüber der typ mit der granate ne einer sind am auto noch immer noch ich glaube ja ich bin am durchbruch Klaus geh doch mal wieder raus aus dem durchbruch und hol dir den typen oder war das Klaus den ich reise du müsstest den der typen durchbruch raus sehen der schießt ich bin down werft granate werft granate werft granate kommt gut kommt gut oh der fällt nicht rum klebt dein Fremd kappen 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 oh meine fresse heile dich heile dich nicht nachstopfen aber heilen 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 oh aufregen Klaus das war ein bisschen doof du hättest wieder durch den hinteren äh Dings gemusst ja wenn ich eine genaue Standortbeschreibung gehabt hätte hätte ich doch gemacht ja wir haben doch einfach gesagt der ist hinterm Auto das mit der Zeit ja da stehen auch mehrere Autos beutel das war genau wie bei mir vor uns da steht ja nur im Auto das habe ich ihm durchgesagt wo mehr Autos sind hätte ich über ein Auto gesagt hättest gewusst ja aber der war ja mit seinem ist ja auch egal ja das ist born to survive ja genau der war ja mit seinem Pilgrim nicht zu übersehen oh der hat eine AK-74u hahaha in dem Checkpoint den habe ich zwar auch umgelegt alter ja hab ich doch grad gesagt geil Klaus ich hau hier dein Zeug ins Gebüsch naja alles gut ja dann nehme ich die PP-Munition das ist immer noch das Beste was man hier finden kann der schießt mehr auf mich von hinten von hinten von hinten au gut wo hat der geschossen da ist auf der auf der bei den Tanks links bei den Tanks Mann ey scheiß Mist ey älender Dreckfuck hohohoho da reicht doch einer haha geil warte warte wo noch n's gelb ich hab den Hirn ne das will ich ja nicht ersachen sorry Leute huh ein dirne ein dirnenspross ein dirnenspross ein dirnenspross ich hab ihn getötet es war ein Scav-Spieler ja ja so ein boah ja wir haben uns da wieder zu lange aufgehalten schon ein bisschen ja das ist scheiße ich hätte auch Klaus einfach liegen lassen sollen anstatt sein Zeug wegzuschleppen wegzuschleppen hier lernst du es ausrasten aber wirkliche Skills und Metagaming können wir dir nicht bieten ey du sprichst nur für dich Spoiler ach scheiße kann ich nicht die kann ich nicht aufnehmen der andere habe ich nicht ey ey könnt ihr jetzt mal bitte leise sein ja ich verstehe das auch nicht sorry da läuft einer bin ich der ist hier der ist am LKW ich habe ihn glaube ich ich habe ihn nicht 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 er rennt rum au ach toi das warst du für dich ach toi das warst du schreiser hier ist noch jemand Hier ist noch jemand Ach, er ist tot Da hast du mir obisch innen reingesetzt Scheiße Matze, wir kommen mal zu dir, ich hab deine Mündungsfeuer gesehen Der ist hinter dem LKW gewesen Hinter dem Tank Der ist dann hinter dem Tankerang, ja Wir kommen jetzt ins Gelände Ok Matze, wo bist du? Ich bin, wenn ihr reinkommt Gleich rechts an dem ersten Tank Ja, wir sehen dich, wir sehen dich Wer läuft hinten? Wer läuft hier? Ich lauf Ok Ich lauf anders rum Wer hat ne Pistole? Heute? Ich? Bei mir rennt was? Oh, er ist da drüben, hinter dem Container Oh, ein Granade Ich hab einen Minus Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Von Sonjas bester erschossen worden Wer, du? Ja Eigentlich müsste es ja noch so eine Weise mitzugeben, dann könntest du richtig einen Schlumpf nehmen, Beute Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Wer hat's drauf Wer hat's drauf? Wer hat's drauf? Mach mal Benji Beute, guck mal zu dem Panzer, den musst du markieren da vorne Und den da hinten auch noch Danach musst du hinter den Ball rennen Genau So, wo waren wir jetzt her? Einmal hier kommt der drum oder was? Mhm Minus Na gut Okay Komm raus Weil in der Kiste lag ein Quest-Item, was Leute und ich schon geholt haben Welche würdet ihr nehmen? Die? Oder die? Aber ich weiß halt nicht, welches Quest das war Matze? Ich finde die Linke eigentlich schon irgendwie cool mit ihren Tattoos und so Ist Matze noch da? Ja Ja Er hat Markrato kurz abgetrifftet Oh, oh von Oh, 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 oh Ich lieg im Dreck Bin aber nicht tot Achso Links, 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 links Oh, 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 oh Ganz links rum gehen Kann man da hinten, ey Kill dich, du Assi Oh, 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 oh Das ist eine Dreier Ja, sind die Bosse Oh, 14 Likes, ich danke euch Leute Sehr schön Bin ich mal so bei dir geht's ab? Ja, aber die meisten sind jetzt schon ins Bett gegangen Vier Leute kommen noch zu, aber es war gut heute, muss ich sagen War wieder endlich mal Endlich mal wieder schön, richtig schön besucht, viel geschrieben und checkt Alte Gesichter mal wieder gesehen, also alte Namen besser gesagt Nee, ich spiel das Spiel nicht mit Lenkrad Wieso? Achso, wegen vorhin Benji, da frecher Kannst du gleich abknallen, wenn du drinnen bist, gleich abknallen Das hat er nicht so gemeint Das hat er nicht so gemeint Das hat er nicht so gemeint Der ist ein bisschen bockig heute als Benji, weil Benji, weil Beutels Mutter ja keine Zeit hatte Da Ich hab mich schon gelassen Und das hat den Beutel gleich mit runter gezogen Das kannst du auch annehmen du Aber jetzt klang es irgendwie ein bisschen anders, kannst du die Höhe da ein bisschen verstellen oder sowas? Äh, ja Ah, ok Aber warte mal, ich weiß gar nicht, wo das geht Danke Werner Er bleibt noch, er bleibt noch Das war das letzte Man hat es nicht verstanden Was? Ich hab euch was von Mal 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 Das ist gut, Werner hält hier noch die Stange Sagt man das so? Bleibt Ne, wie sagt man Bleibt bei der Stange, ne Wie heißt das? Hält noch die Fahne im Wind Werner hält noch die Fahne im Wind Hält noch die Fahne im Wind Und heute geht es auch wieder mit der Stimme, das letzte Mal war die so komisch Weißt du noch Benji? Ja, da war die so abgehackt dann irgendwie Mh Mh Ja, Beuler ist ja gut jetzt wieder Ist ja gut Kriegt sich nicht wieder ein Hört ihr das? Ja Hast du das aufgenommen oder was? Hast du das kopiert oder was? Aber als Solo-Spieler lohnt sich das Spiel total wenn du gut bist, wenn du richtig gut bist Er macht den Leuten total Angst Ne, ich ermutige ja Volker Naja, 1000 Stunden, 1000 Stunden kannst du rechnen Ich merk's jetzt gerade Ich hör meinen Spieler schon wieder husten Ich hab den vergessen zu heilen Damit bist du Hat er dich nicht gewarnt? Da sagt doch Alter hier guck Du bist noch nicht wieder fit Das hab ich nicht mitgekriegt Du bist noch krankgeschrieben KZH Du musst erst mal heilen jetzt Aber Felix ist halt ein harter Typ, Junge Er schickt ihn in den Krieg Selbst wenn die Knochen abfallen Ja, da sind die Flut lachen Du hast ihn ja ab Guck Beim nächsten Mal empfehle ich eine Slip-Einlage, Felix Nein, Alter Was Felix, nein Ach nee, was Alter, scheiß die Wand an Was ist hier passiert? Ich nehm dein Zeug mit raus 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 Ja Steckt einen Alter, nein Was Das gibt's noch gar nicht Du bist ja schon praktisch tot ins Spiel gekommen Aber hier liegt ein Dings, ein Christli Kann das jemand nehmen? Wie ein Christli Das sieht aus wie ein Christli hier Nein, wahrscheinlich Hast du dich mit einem Christli geheilt? Aber du hattest ja keinen Rucksack Ne, er hat das Christli irgendwie runtergeschmissen Ach, hast du das im Second Im Kammer gehabt? Ich hab das im Container gehabt, ja Ah, ok Wieso liegt das hier draußen rum? Er hat das Weil die Animation unterbrochen wurde Ne, er hat das weggeschmissen Ja, aber man kann's nicht aufnehmen Jetzt kann's nicht aufnehmen Du kannst ja gucken Hast du's noch jetzt In deinem Dings? Ne, weißt du was ich glaube Er hat außerdem nicht used Sondern Discard gedrückt Mit dem Mausrad Da könntest du's doch aufheben Ne, ich glaub das ist das So, wenn Spieler sich heilen Mit einem S-Marsch Dann siehst du auch dieses rote Ding Ob du jetzt nicht da liegen Warte mal, bleib doch mal ganz unruhig Felix, du bist doch jetzt wieder im Charakter Ja, genau Ja, ich hab's noch im Container Zum Harnbugs So, ne, dann Wollen wir mal den Sending-Mast hoch Muss jemand's Caps erschießen? Das war so Episch, alter Es war schon Direkt Oh, Mann Ich geh schon wieder ein Felix Es ist nicht böse Wenn du das hier sehen hättest Guckst hier im Stream nochmal an Also du haust dich selber weg, glaub ich Also es war so krass Hä? Lose doch den Frisch Hallo Mach doch Hab ich gar nicht gewusst, dass da einer ist Was? Bist du besoffen? Das ist der erste Dash, den man lernt auf Shoreline Nein Nein Natürlich für mich nicht Nein, Bench Boil, der Bench hat doch schon mal am Whisky genut Da war nischt drin Ne, den kannte ich wirklich nicht So nischt Trotzdem walzt du Das ist das Das ist das Das ist das